Moin, liebe Sängerinnen! Wer möchte gerne mit mir zusammen den Abendsegen aus Hänsel und Gretel singen? Sie kennen das vielleicht selber, sie möchten gerne ein Stück singen, können sich dabei aber nicht gerade wirklich beim Klavier begleiten und möchten auch nicht A Cappella singen, dann nehmen sie sich irgendeine Karaoke-Version oder singen mit. Das Problem ist aber, dass sie dann immer so hinterher hängen und ein Radio oder ein YouTube-Video ihnen ja nicht wirklich folgen kann. Eine ganz tolle Erfindung ist E-Vocal. Das habe ich im Internet entdeckt durch meinen Sänger, Freund und Kollegen Jens Waldig aus Wien, ursprünglicher Hamburger. Der hat mit seinen Freunden E-Vocal ins Leben gerufen. Da gibt es nämlich einen grandiosen Dirigent, der nicht nur toll aussieht, sondern das auch wundervoll macht. Ich kann hier die Begleitung hören und mich gleichzeitig dirigieren lassen. Wenn Sie also mitmachen möchten, nehmen Sie sich Kopfhörer, hören Sie sich zusammen dieses Video mit ihm an und mit mir direkt und singen Sie dazu die Stimme des Hänsels, die zweite Stimme. Schicken Sie mir das, am besten auf Video, wenn Sie sich nicht trauern, auch nur ein Foto und die Audiospur und ich werde das dann hier auf diesem Kanal veröffentlichen. Einmal richtig rumdrehen und los geht's! Schicken Sie mir das, am besten auf Video, wenn Sie sich nicht trauern, auch nur ein Foto und die Audiospur Zwei zu meinen Füßen, zwei zu meiner Rüchen, zwei zu meiner Lüten, zwei ewig Dämen, zwei ewig Dämen. Zwei ewig Dämen, zwei ewig Dämen, zwei ewig Dämen. Zum Himmels Dämen.